In Uhr hier ist der Norddeutsche Rundfunk. Willkommen zum Regionalprogramm, liebe Zuschauer. Wir laden Sie ein, gleich unseren Western-Helden Lucky Luke von Texas nach Kalifornien zu begleiten. Wenigstens dort geht es heiß her. Der Gute-Nacht-Gruß des Sandmännchens für die jüngsten Kinder kommt um 5 nach halb 7 und danach tritt Polizist Moosgruber wieder auf. Er soll eine Mansardenwohnung überprüfen, aus der seltsame Geräusche kommen. Lassen Sie sich überraschen. Was sich neckt, das liebt sich, heißt es dann gegen 19.10 Uhr. Die Nachrichten aus unserem Sendegebiet bringen wir zur gewohnten Zeit und um 19.25 Uhr sehen Sie im Freitagsmagazin aus Hamburg den Beitrag unter anderem »Nah und doch fern«, Schwerin wird 825 Jahre alt und außerdem fragt das Magazin »Bleibt John Neumeyer?« Millionen fürs Ballett. Zuvor jedoch einige Bilder aus Hamburg von unserem Kameramann Lutz Möhring. »Pleibt« gleich im Freitag«, Schwerin, »ein Anne hitz »Bleibt«, »Bleibt«, » Ladies and these inequalities, »Bleibt« im Freitag length» »Bleibt«, »Bleibt schon dieser Alem!!« Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er hat Glück und keiner legt ihn rein, er wird der Sieger sein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020